Und damit herzlich willkommen. Ja, man sollte auch das Mikrofon anschalten, wenn der Stream losgeht. Gott sei Dank habe ich das rechtzeitig gemerkt. Ja, meine Lieben, wir spielen heute etwas anderes als sonst. Sea of Thieves ist erstmal zunächst abgeschlossen bei mir. Wir haben der Pirates of the Caribbean das Kapitel erfolgreich hinter uns gebracht, so oder so ähnlich. Und ich habe mir etwas ganz anderes diesmal überlegt. Ich habe ja noch ein paar Spiele in meiner Steam-Bibliothek, die auch vielleicht mal gespielt werden wollen und mit dem Gedanken gekauft wurden, dass man die ja auch spielen kann. So, mein Hals ist heute wieder mal 10 von 10. Das heißt, ich werde mich heute sehr oft muten müssen. Und ich hoffe, ich muss mich nicht ständig räuspern, weil das wird sonst nervig. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin um 18 Uhr zu Hause gewesen, habe was gegessen und ich habe die Folge von heute auf YouTube noch nicht online. Ich habe sie noch nicht mal aufgenommen. Was soll ich dazu sagen? Es ist real life. Und es ist Überstunden und es ist drei Wochen krank sein und ja. Ich versuche das heute diese Woche irgendwie nachzuholen. Ja, das Räuspern wird nicht besser heute. Ich will jetzt noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Und hoffe, ich bin nicht zu laut, weil ich gerade ziemlich ausgeschlagen bin, glaube ich. Ja. Ich will jetzt versuchen, immer so ein bisschen ein, zwei Minuten den Stream schon mal anzuhaben, bevor ich dann gleich ins Spiel rein starte. Beim Spiel muss ich dann erstmal die Sound-Einstellung kurz machen, weil das konnte ich nicht vorher machen. War ein bisschen schwierig. Deswegen, aber eigentlich war es nicht zu laut, als ich das erste Mal gestartet habe. Ich habe ganze zwei Minuten Spielzeit, also wir haben nicht viel. Ich habe nur getestet, ob mein Controller funktioniert und ob das Spiel funktioniert. Und ja, ich spiele mit Controller. Ja, das wird heute sehr lustig. Ich bin ein leidenschaftlicher Controller-Spieler. Wer gestern weiß, wovon ich rede. So, ich habe wieder einen kleinen Soundtrack von YouTube im Hintergrund an. Das letzte Mal hat das scheinbar sehr gut funktioniert. Jedenfalls ist nichts auf YouTube passiert. Und es sollte mich doch sehr wundern, wenn YouTube seine eigenen Hintergrundmelodien cuttet. Der ist dann auch gleich zu Ende. Und wenn die Musik zu Ende ist, hoffe ich, geht das jetzt nicht in der Dauerschleife weiter, sondern ist dann einfach zu Ende. Und wenn die Musik aus ist, dann starte ich das Spiel. Und ja, Castle auf Elulation. Oh mein Gott, ich kann kein Englisch. Jedenfalls, Castle ist Burg. Ja, nicht Käfig. Oh mein Gott. Mein Gehirn. Äh, der Illusion mit Mickey Mouse als Hauptakteur. Ja, eigentlich war der Plan, dass das Ganze ein bisschen früher startet. Aber mir hat ja meine drei Wochen Krankheit da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Spielzeit dieses Spiel hat und wir gucken einfach mal. Ja, und ich habe es mir gedacht, der startet jetzt diesen nächsten Song. Das braucht er aber nicht. Wir starten jetzt das Spiel und gehen in den Live-Modus und hoffen, dass er das Spiel erkennt. Wir sind gespannt. Bis jetzt kommt noch nichts. Jetzt hört ihr wahrscheinlich schon Sound, aber er erfasst das Spiel nicht. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Lautstärke. Er erfasst das Spiel nicht. Er erfasst das Spiel nicht. So, was können wir da machen? Ich habe natürlich noch die Möglichkeit, eine zweite Quelle einzugeben und das ist dann Bildschirmaufnahme. Aber das zerschießt mir natürlich mein Layout, denke ich. Ich muss es aber jetzt erstmal so machen, weil er das Spiel nicht erfasst. Bildschirmaufnahme, Live-On-Air-Quelle hinzufügen, das ist schon mal super. Wir gehen mal in das Just-Chatting zurück. Wobei, das funktioniert auch nicht. Dann kann ich ja den Live-Screen nicht bearbeiten. Ja gut, dann seht ihr halt jetzt den Desktop. Das ist jetzt auch nicht so wild. Auf jeden Fall übernimmt er den. So, das Ganze hätte ich gerne noch ein bisschen kleiner. Ja, das sieht gut aus. Ungefähr so müsste es sein. Jetzt schalten sich meine Kopfhörer gleich ab. Dann machen wir das Game Capture. Wow, was hat er jetzt gemacht? Das machen wir jetzt mal aus. Wieso macht er das? Das ist jetzt natürlich ganz klasse. Also wenn ich jetzt auf dem Desktop bin und ihr dieses Bild seht, dann ist das Bild richtig. Wenn ich jetzt das Bild vom Spiel anzeige, dann verkleinert er mir den Bildschirm in der Aufnahme. Ja, das ist jetzt natürlich ganz ungünstig, ne? Äh, was machen wir da? Das ist jetzt natürlich Mist. Warum macht ihr das? Das ist kacke. Ich kann es jetzt gerade auch nicht beenden. Ja, ja. Escape ist okay. Wir beenden das Spiel erstmal. Okay. Okay. Oder kann ich noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, warum er das Spiel verkleinert. Bei mir ist es auf dem Vollbildmodus. Aber ihr könnt ja kaum was erkennen dort. Es ist schwierig. Es ist kompliziert. Ich bin überfordert und überfragt. Es bringt nichts, wenn ich es größer ziehe, weil er macht es nicht größer. Das ist scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Wir haben hier, glaube ich, auch keine Optionen. Es hat nichts mit der Herzzahl zu tun. Eigentlich passt die Größe auch. 1900 zu 1080. 80. Ah. Ja, möchte ich. Sehr schön. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich eine Nase. Oh Gott, oh Gott. Juckt. Ich habe es gleich. Bitte warten. Oh. Okay. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht gleich gemacht hat. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich den Chat hinschiebe. Ich glaube, der ist rechts in der Ecke ganz gut aufgehoben. Oder lasse ich den Chat heute sogar ausgeblendet? Ich würde mich jetzt, ihr seht jetzt gleich wieder anderes Bild, ich weiß. Ich würde das Ganze einfach noch ein bisschen runterschieben, weil wir haben hier noch ein bisschen Bildfreiheit. Dann sieht das heute ein bisschen anders aus, aber dann seht ihr mehr vom Bild. So, jetzt bin ich gespannt. Es funktioniert immer noch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Selbst ist die Frau. Jetzt hoffe ich, die Sequenz kommt noch mal, aber ich bin mir nicht sicher. Sonst müssen wir das Spiel vielleicht noch mal neu starten. Intervene in the guise of a mysteriös olden Maus. Caution, lad. For Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now. And her heart will contain only hatred and anger. Oh, no! How can I save her? What do I do? You must find the seven rainbow gems that will create the fabled rainbow bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers? Got it! Wait, where do I find them? within Miserabelle's castle of illusion. But beware, young Maus. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old Maus's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. The castle of illusion was the mill's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. So, mir kommt das Ganze sehr, sehr laut vor. Deswegen mache ich es auf meinen Lautsprechern, äh, Lautsprechern. Kopfhörer ein bisschen leiser. Ja. Das wird lustig, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich bin überhaupt nicht mehr geübt in solchen Spielen. Halte Space bevor du landest, um höher abzuspringen. Hä? Leertast darf ich ja nicht. Das ist ein Space. Ah ja. Ah ja. Okay. Das ist ja lustig. Ja, schön Gleichgewicht halten, kleine Maus. Okay. Oh mein Gott, das ist ja sogar in 3D irgendwie, ne? Jetzt will ich ja automatisch mich umschauen. Ich spiele dieses Spiel übrigens zum ersten Mal, also ich habe keine Ahnung. Deswegen bin ich genauso klug wie wahrscheinlich viele andere. Oh mein Gott, 3D, das ist ja was für mich. Ach herrje, das ist mit Diamanten, das heißt, wir müssen, das ist so ein bisschen wie Super Mario. Man braucht eine gewisse Anzahl von Dias. Was ist das hier? Kann man das angucken? Nö. Ach du heiliger. Ey, das hat ja voll was von Super Mario. Super Mario. ach du heiliger. Okay, den hätte ich wahrscheinlich benutzen sollen, um diese Dias zu kriegen. Komm mal mit. Ah ja. da sind auch Dias. Okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Leben? Ja, ständig. Ach du heiliger. Oh nein, nicht sowas. Das erinnert mich immer an Aladdin. Oh. Was ist da? Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Hä, wie komme ich denn da hin? Kombinieren. Das ist ja doof. Ah ja. Okay. Das ist ja cool. Aber das hätte ich jetzt vielleicht nutzen sollen. Ach du heiliger. Also irgendwie muss ich doch höher springen können. Okay, also ich kann mit X und B gleichzeitig werfen. Aber wie kann ich höher springen? kann ich die Steuerung irgendwie nachgucken? Springen Leertaste? Ja, toll. Das bringt mich jetzt nicht so weiter. Werfen S. Okay, das bringt mich auch nicht. Hä? S ist auch nicht wirklich das Richtige. Geil, das Spiel endet, weil ich hier nicht hochkomme. Ah ja, wirf Gegenstände, um die Kiste zu öffnen. Oh, das kann nur gut werden. Ah ja. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ach, du Heilige. Ach, ich komme hier automatisch hin. Alles klar. Und jetzt? Wieder zurück? ja, ja, aua. Ach, du Scheiße, jetzt kann ich hier einen Weg wählen. Um Gottes Willen. Okay. Och, nö. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde hier mal ein bisschen erkunden, glaube ich, oder? Okay. Ich bin verrückt. Aber egal. Ja, natürlich. Mist! Okay. 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 oh nein scheiße ja natürlich oh man ich spring zu spät Algenrotze das gibt es doch nicht ja wow Gott sei Dank nochmal hätte ich das auch nicht gemacht Akt 2 das war ja genau Ghostbusters ist übrigens auch vertreten will ich wissen warum der hier ist ich hätte gerne die Diamanten hm also diese Geister sind ziemlich creepy oh ja zusätzliches Leben können wir gut gebrauchen kommen die wieder ja 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 komm Plädermaus hat keinen Bock mehr, wa? doch äh das hat man eindeutig gesehen, dass hier ein Versteck ist ach du Heiliger kriege ich irgendwie Leben wieder? ja ja ich bin nämlich sonst gleich tot und wo muss ich jetzt überhaupt hin muss ich links oder rechts lang ach ja ah ja wie geil ist wie geil ist der Film wie geil ist oh Gott oh Gott ich hab jetzt gedacht ich bin tot oh oh Gott drehen die sich alle? ich bin tricky, ne? ich will diesen Apfel haben äh 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 was war denn hier unten? also ich hab keine Ahnung was da gerade schief gelaufen ist beim ersten Versuch aber ich hab keine Ahnung ob ich hier richtig bin ist das ein Zusatzlevel? ich hab ich weiß es nicht Schaden kannst du ja nicht, ne? oh Gott oh Gott das sind so knappe Sprünge hier oh Gott oh 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 wo muss ich denn jetzt lang? nach oben eigentlich, aber komm ich doch gar nicht hoch oh und was ist diese Spielkarte? oh oh nein die roten sind scheiße die ach, gucken wir wer da ist wow ciao hm jetzt wieder Das ist der Boss, oder? Oh Gott. Oh Gott. Das war gleichzeitig. So ein Kack. Der war eigentlich tot. Ja, 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 ja. 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 Wenn man weiß, was er macht, ist das echt gar nicht schwer. Ja. Oh, fuck. Und ich sag's noch. Wuhu. Waren das sieben? Ich weiß gar nicht. Was hat er gesagt? Sieben? Ich glaub sieben, ne? Ja. 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 Mit dem Schlosswestern. Jetzt bin ich raus. Ist das jetzt der... Ah. Alles klar. Dann können wir wieder raus. Wenn wir raus können. Okay. Wir können nicht raus. Level fortsetzen. Level neu starten. Zurück zum Schloss. Ja. 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 Also diese drei Türen ist ein Level. Okay. Das muss man ja erstmal wissen. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Die kommen mir irgendwie merkwürdig vor. Warum grenzen die so? Okay. Also wir hängen immer mit den Dias hier zusammen. Das können wir auf jeden Fall schon mal... Oh. Level. Das ist ja praktisch. Wir haben jetzt jede Menge Türen offen, ne? Okay. Da komme ich noch nicht hoch. Woher soll ich jetzt wissen, welche Tür ich als nächstes nehme? Äh. Wir erkunden jetzt erstmal kurz hier die Ecken. Ich würde sagen, die 80. Ja. Hab ich. Mein Mikrofon ist direkt über dem Controller. Wie soll ich das sonst machen? Wenn ich das Mikrofon so weiter wegnehme, dann hört man mich ja nicht mehr. Das Mikrofon höher nehmen? Meinst du? Ja, das Problem ist, dein Mikrofonhalter hält das nicht. Das Mikrofon rutscht automatisch wieder runter. Wobei, halt stopp, ich rede Blödsinn. Das tut's nur, wenn's weiter hinten ist. Äh. Wie ging das nochmal? Huch! Hm. So, jetzt ist es höher. Mal gucken, ob's so bleibt. Gott, ist das ungewohnt, aber man sieht's ja nicht. Exit, das klingt gut. Äh. Ach, jetzt spiele ich... Jetzt werfe ich nicht mit Äpfeln, sondern mit solchen Kugeln. Okay. Je nach Schwierigkeitsgrad würde ich auch behaupten, ich stelle mich gar nicht so dumm an beim Spielen bis jetzt. Oh Gott. Ja, das weiß ich doch. Das ist meine Waffe bei dem Spiel hier. Aber jetzt ist wieder die Frage, links oder rechts lang? Oh Gott. Ich geh mal links lang. Hä? Ach. Natürlich. Natürlich. Gut, dass es hier keinen Fallschirm gibt. Okay. Ah. Ah. Ich geh mal links lang. Oh Gott. Ah. Das war gemein, blödes Ding Ey, der läuft von alleine. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ja, genau. Ich bin ganz froh, dass manche Bonus-Dinger, ich sag mal, das sind wahrscheinlich Bonus-Dinger, sonst wäre ich ja tot, mich nicht gleich sterben lassen, sondern einfach nur sagen, äh... Ach du Scheiße. Äh... Äh... Nein, nicht wieder nach unten. Mal hier gucken, glaube ich. Es ist echt ein bisschen verwirrend, man weiß nicht so ganz, wo man lang laufen soll. Hier gibt's verschiedene Wege. Aua. Und ich weiß jetzt nicht, was der Weg normal ist und was jetzt Zusatz ist. Das ist schwierig. Ich glaube, das hier ist Zusatz. Ja. 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 Geil, das läuft ja einmal komplett wieder zurück. Willst du mich verarschen? Also das ist jetzt Bonus, vermute ich, weil der läuft von ganz alleine. Aber... Jetzt laufe ich doch wieder nach unten. Aber der Exit war ja auch unten, ne? Ja. Okay. Das heißt, das war wohl der richtige Weg. Egal. Wir brauchen eigentlich ja nur Diamanten, um die einzelnen Devil abzuschließen. Aber ich weiß nicht genau, was dieser Schlüssel jetzt zu bedeuten hatte. Wirf diesen Gegenstand, um Geschenke zu öffnen. Wie werfe ich denn? Ach so, wirf Gegenstände. Okay. Entschuldigung. Du Scheiße. Ja, ja. Hm. Du Scheiße. Hm. 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 Ho. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Oh, nee, nicht dieses Wagensystem, oder doch? Oh, Gott. Oh, Gott. Ach, du heiliger. Naja, das glaube ich auch. Oh, das ist praktisch. Castle of Elosor Stingswombs. Okay, wenn ich das jetzt drehe, bringt mir das... Oh, okay. Ach, kann ich das jetzt nochmal spielen? Das ist praktisch. Also ein bisschen nachdenken muss man hier natürlich auch. Kriege ich die irgendwie geworfen? Oh, Gott. Wie soll ich die denn treffen? Nee, das bringt nichts. Wenn ich die... Ist doch egal, was ich mache, oder? Okay. 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 Oh, das werden die sehr Clowns, ey. Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich bin schon so weit gewesen. Ich wusste, dass ich das nicht berühren darf, aber... Es ist gar nicht so einfach. Nein. Oh. Da war ich jetzt zu gierig. Ich bin gierig. Ich will das immer noch versuchen. Ich will das immer noch versuchen. Wie bin ich denn da vorhin durchgekommen? Gott sei Dank verliere ich hier keine Leben. Ja, okay. Wieso kann denn... Wieso kann denn Micky nicht krabbeln? Ach, dann lass mich doch auch in Ruhe. Dann lass mich doch in Ruhe. Wow. Kann doch nicht, wie geht denn das? Wie geht denn da ab? Wow. Ich warte. Ah. Ich warte. Wie geht denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. Hä? Das kennen wir. Okay, also die im Spiegel sind nicht da. Äh, die im Spiegel sind da, so. Oh, meine Nase juckt heute wieder. Halt, stopp, ich will erst gucken, was da unten ist. Okay, da ist nichts. So, Akt 3. Oh, oh. Ich hoffe, wir haben keine Zuschauer dabei, die jetzt Angst vor Clowns haben. Aua. Aua. Ich glaube, das werden wir nicht beim ersten Versuch schaffen. Oh, oh. Okay. 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das war's. Wow, doch beim ersten Versuch. Sieben waren's also. Die Texte sind so schnell wieder weg, die kann man sich kaum mehr lesen, ey. Oh Gott. Oh nein, kein Wasserlevel. Oh, kein Wasserlevel. Natürlich gibt's hier Wasserlevel. Oh, doch nicht. Das ist gut. Aua. Okay, also die kann ich umgehen, wenn ich die Brücken überspringe. Ah, ja. Oder auch nicht überspringen. Muss ja trotzdem runter. Ja, die Truhe hab ich gesehen, aber das kann man nur holen, wenn man das weiß. Oh, meine Nase. Ich werd irre. Okay. Da ist der Strom. Hä? Hä? Okay, das ist ein Rätsellevel. Das ist safe ein Rätsellevel. Oh nein, ich hasse... Ich kann Rätsellevel ganz bestimmt nicht. Hä? Hä? Achso, die Truhe. Vielleicht sollte ich mal versuchen, die Truhe zu kriegen, wenn ich schon so wieder oben bin. Was sind wir hier durch? Ich schwimme mal. Ah, hier geht's weiter. Toll. Okay, soviel zum Planen, die Truhe zu holen. Hä? Was war falsch? Hä? Okay. Da scheint er eindeutig der Erste zu sein. Ich hab die Logik noch nicht ganz begriffen. Eindeutig nicht begriffen. Hä? Hä? Wonach geht das? Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hab die Logik dahinter noch nicht verstanden. Okay, also wir haben ein Lächeln. Ich raff's nicht. Ich raff's überhaupt nicht. Ist da irgendein logisches Prinzip hinter, was ich nicht erkenne? Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung. Das war komplett random, was ich jetzt grad probiert hab. Oh. Ja gut, das Ganze kriegen wir auch nochmal hin. Ich hab die Logik jetzt dahinter nicht verstanden. Nee, ich hab mir das gedacht, dass sich das nicht lohnt. Für drei Dias. Nee. Jen. Ich hab mir das nicht gehört. Ich hab mir das nicht gehört. Ja. Oh, komm schon. Jetzt stelle ich mich aber heute echt dämlich an. Das hat eben besser geklappt. Oh, Alter, wenn man das nicht weiß, wie soll man denn das wissen? Okay, man sieht's. Okay, man sieht's. Okay. 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 Ok. Let's go. Okay. 猿 Hä? Das war dumm. Jetzt schon der Exit? Dann kommt jetzt wieder der Boss. Ich hab's geahnt, ein Unterwasserboss. Wie soll ich denn das besiegen? Ich hab doch keine Ahnung. Okay. 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 Wie soll ich denn wegschwimmen? Ah! Kacke. Ja, ja. Ist gut. Kann man nicht überspringen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, aber nicht. Ah, jetzt wird sie ja schwierig mit 2. Ach du Scheiße. Wie sollen wir denn dreien ausweichen? Oh Gott, ich habe Angst, dass es noch mehr werden. Aber die teilen sich einen Lebenspool. Das ist gut. Der war zwar noch nicht fertig mit Reden, aber ist in Ordnungsspielen. Okay, also da waren wir gerade drinnen. Oh, jetzt hat sich hier was aufgetan. Hallo. Auf da, Miki. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich oft habe. Okay, waren wir hier schon drin? Ach du Heiliger. Okay, das ist der Weg zu Mini. Okay, okay. 160er haben wir gerade gemacht. 80er ist auch fertig. 240. Da ist jetzt der Weg frei, okay. 240. Wie kann ich denn sehen, wie viele Karten ich habe? 320, das können wir auch schon aufmachen, theoretisch. Das ist gut. Du Scheiße. Du Scheiße. Ist hier links auch was, ja, ne? Seht man ja. Aber ich habe noch nichts zum Werfen. Es ist gemein, ich habe nichts zum Werfen. Und warum ist hier was im Vordergrund vom Spiel? Ich bin verwirrt. widen geht's ganz drauf. Deine Haus hast du gehört. Keinepus. Das Physical. Kommt. Ja. Meier DNS Mountains тому. Gesiegt von Buchstaben. Okay, da komme ich nicht rauf. Wie komme ich da hoch? Ah. Alles klar. Hä? Hä? Jetzt muss ich nur noch den Vordergrund hier verstehen. Oh, vielleicht kommt das ja noch. Nein. Kacke. 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 Hmm. Scheiße. Egal. Also auf grün kann ich rumhüpfen und auf rot versinke ich? Ich bin definitiv verwirrt. Wo muss ich lang? Ich muss doch irgendwie da zu dem grünen hoch, oder? Aber da kommen wir nicht hin. Ich muss doch irgendwie da zu dem grünen hoch, oder? Ach, hier. Okay. Danke. Oh Gott. Gut. Ich fange jetzt gar nicht erst an, da in der Mitte rumzutun für die Diamanten. Hä? Und nun? Ach, da geht's weiter. Hoffentlich. Wegen einem Dia bin ich jetzt hier hochgegangen. Really? Oh Gott, oh Gott. Natürlich. Natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und jetzt? Ach so, ich muss da hoch. Ach, scheißdreck. Aua. Kacke. Ach. Das ist 3D, Alter. Das ist nicht meins. Und springen scheinbar auch nicht. Oh ne, wieder der Wackelpudding. Geh weg. Da kriegst du übelstens doch was Süßes, ey. Aua. Oh, da vorne ist Exit. Da vorne ist Exit. Gott. Oder man springt einfach in die Flüssigkeit. Oh, da vorne ist Exit. Kacke. Kacke. Kochbuch, das hört sich gut an. Oh Gott, ich hab ganz vergessen, dass ich in dem Level bin. Ich hab das komplett vergessen. Ich hab gedacht, ich bin jetzt schon woanders. Ach du Scheiße. Oh, komm mal. Stand still, ich hab Sie nicht. Ja! Oh, oh, oh. Haha, nicht wieder. Okay. Hä? Okay. 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 Ja, ja, ich komm gleich. Hier ist ein bisschen ein Bonus. Oh nein, nicht schon wieder. Ich war so knapp dran. Oh nein, ich war so knapp dran. Oh nein, ich war so knapp dran. Oh Gott, wie schnell soll ich sein? Ich bin definitiv gleich RIP. Wäre ich sowieso gewesen. Ach, Mann. Ja, genau. Genau. Alter, bis ich sehe, dass er die wirft, ist das doch kacke. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen nervig, dass man den Text nicht überspringen kann. Oh. 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 Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. bin ich nicht gut drin, ne? Leck mich doch am... Ja genau, der schmeißt dahin, wo ich hinspringe. Was soll denn das? Woher soll ich denn wissen, wo der hinschmeißt? Das ist doch viel zu kurzfristig. Ah! Ich reg mich auf. So eine Kacke hier. Ach, Heidi Gosch. Wenn der schmeißt, dann fliegt das Ding doch auch schon. Das ist einfach nur Glück. Das ist doch scheiße. Alter. Ja. Der Typ geht mir so auf den Sack. Ich bin eventuell ein bisschen pissig. Ein bisschen aggressiv. Ich habe auch keine Geduld für sowas. Leck mich. Ich bin eventuell. Und ich bin eventuell an dercitoen Kacke ist. Das ist ja nicht so viel zu tun. Das ist ja nicht so. Bis zum nächsten Mal. Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Dann müsste ich ja jetzt im letzten Ding auch wieder zwei kriegen. Weil da ist ja jetzt nur noch eine Tür. Ich habe jetzt hier irgendwas freigeschaltet. Okay. Ja ist ja auch so ein Sexmeier. Ja. 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 Alter. 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 Das war's für heute. Das Leben kann ich gut gebrauchen, nachdem ich so oft gestorben bin eben. Ja, super. Was soll ich machen, wenn ich keine Waffen mehr hab? Kacke. Das war's für heute, um zu beendet von einer von Miserabell-Ellüssen. Die Schufe von Armour-Ellüssen. Wow! Ich denke, diese Statuen sind auch immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, also die sind einfach nur als Schwierigkeit. Ach, Mann. Ich hab wieder keine mehr. Was mach ich denn jetzt? Was? Mickey traveled deeper into the castle dungeons. He knew he had to get those last two gems as quickly as he could. Was? 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 Okay. Mann! Das ist doch scheiße. Wo soll ich denn da lang? Da gibt es doch keinen Weg. Bin ich bescheuert? Ich fühle mich verarscht. Ohne Witz bin ich blind. Das ist wieder so ein 3D-Bild, was ich wieder nicht erkenne. Ach, da geht es weiter. Okay. Okay. Oh Gott, wieder keine Waffen. Ach, du Scheiße. Juhu, eine Waffe. Okay. Okay. Das war... Das war gemein. Das war auch gemein. Aber egal. Wir haben es geschafft. Ich finde es auch cool, wie man ganz langsam typisch Mickey Maus sein kann. Oh Gott. Wenn ich hier den Weg nicht finde, bin ich sowas von tot. Nein! Ich war schon so weit. Ich war schon so weit. Mano. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Das war jetzt glaube ich nur das erste Kapitel, oder? Ja. Okay, also einer fehlt uns noch. Oh, oh Gott. Okay. Ja, 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 ist okay. Doch, das Leben. Obwohl ich's gleich wieder verlieren werde. Ja. Wo soll ich hin, ey? So ein Mist. Mann, wieso hab ich eigentlich kein volles Leben, wenn ich ein Miki-Leben verliere? Ich fühl mich betrogen. Ich beginne, bitte. Ok? Okay? Dannmud prescribed paar Woolle Ты eine Art freshman. Ich knall Euch nicht. Es ist auch darauf hiike. Ich hab schon den ganzen Teil. Wenn wir wieder einen Algare beendet werden. Das geht doch gar nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ach du Scheiße. Ich habe nur drei Leben, wenn ich mit dem Level anfange. Fuck ey. Ich will nicht Game Over gehen. Ich habe nur drei Leben, wenn ich mit dem Level anfange. Ich habe nur drei Leben, wenn ich mit dem Level anfange. Ach du Scheiße. Boah, das ist knapp. So kann man sein Leben auch verlieren. Alter, wo soll ich? Ich habe nur noch ein Leben. So ein Kack. Ich kann gleich Game Over. Woher gehts die Lichter? Woher gehts die Lichter? Woher gehts die Lichter? Ich hatte die Lichter. Woher gehts die Lichter? Die Lichter? Man hat sich die Lichter. Ah ja. Wieso läuft denn der nicht los? Alter, ich wollte mich doch verarschen, was ihr hier gerade macht. Ähm. Na toll. Mit dem letzten Leben, das kann ja nur gut werden. Hä? Oh mein Gott, ich hab nicht gesehen, dass da Plattformen sind. Das hab ich gar nicht gesehen. Guck mal, ich muss doch die Zahnräder springen. Hä? Wo muss ich denn da raufspringen, Spiel? Ich bin ein bisschen blind heute. Woher ist das teilweise raten, wenn ich da hochspringe? Oh, ich bin gleich Game Over. Mal sehen, was dann passiert. Nein. Scheiße, was mach ich denn? Hä? Ahem. Ich bin mal— Ich bin mal dabei. Aber wenn ich da so Tenemos. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Oh mein Gott. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Ich bin mal dabei. Das war's. Oh Gott, war das Knopf. Oh Gott, war das Knopf. Okay. Was ist das? Will ich das wissen? Nein, das ist falsch. Oh Gott. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie irritierend diese 3D-Sachen sind. Oh Gott sei Dank, Exit. Gott sei Dank. Bitte nicht nochmal so ein Level, das ist ja richtig furchtbar. Ach du Scheiße. Ja, wir sind dann gleich Game Over, ne? Dann dürfen wir den nochmal machen. Okay. 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 Ahem. Alter, ich kann aber auch nicht schneller rennen, ne? Die ist aber auch dämlich. Die müssen aussehen. Gehen Sie! Verstehen Sie! Bist Modernisierung. Ey, du warst am Glockenturm. Den Boss mache ich jetzt noch. Copyright Untertitelung. BR 2018 Natürlich. Oh. 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 Ich weiß nicht, ob ich die alte jetzt schon stellen will, aber ich muss ja, ne? Ist das Spiel jetzt ernsthaft schon vorbei? Das war ja dann sehr kurz, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Oh. 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 Wir machen das jetzt hier einfach mit einem Level durch, ne? Äh, einem Leben. Oh. 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 Das ist doof, wenn man nicht sofort weiß, wo man langen muss. Also, wenn man nicht sofort weiß, wenn man nicht mehr weiß, was man nicht mehr weiß. Finale, na gut. 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 na gut. Finale, 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 na gut. noch irgendwas auf der Festplatte. So oder so ähnlich. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, beende ich den Stream an dieser Stelle hier. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Cutscene, dieses Ding hier jetzt noch läuft. Da das so kurz war, das Spiel, denke ich bald nicht so lange. Ja, wenn ihr möchtet, sehen wir uns am Freitag wieder um 19 Uhr. Da ist, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe keine Ahnung, entweder Guild Wars oder WoW. Guckt mal bei Twitter, da habe ich das reingeschrieben. Mein Gedächtnis ist dafür nicht zuständig. Jedenfalls, 19 Uhr geht es los und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einschalten. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwie rauskomme. Ja, hier habe ich die Maus. Alles klar. Gut. Gut. Dann wechsle ich mal eben auf Just Chatting. Dann haben wir nämlich auch ein entspanntes Abschließen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020